Fick dich doch einfach! Das ist doch gar nichts. Du musst dich für mich tun. Ich hasse dich trotzdem. So, und nun seht ihr wie meine geliebte Freundin Five Nights at Freddy's 4 spielt. Toll. Seid ihr bereit? Nein. Guck mal, die Menschen im Chat glauben alle an dich. Du musst... Das ist ein Geräusch, wenn ihr bei Fallout. Das ist nicht vom Spiel. Hätte man drauf kommen können. It's Spinklebab. Echt? Ja. Ich will so Spaß haben. So, folgendes. Und dann wieder zurück gehen. Lass mich. Wenn du zurück gehen, wirst du nach unten gehen. Machst du dich. Nein, Mama! Jetzt mit der Maus wieder nach unten. Mit der Maus nach unten. Jetzt wieder bei den Türen gucken. Fick dich doch einfach. Das ist doch gar nichts. Du musst dich für mich tun. Ich hasse dich trotzdem. Ich hasse dich. Nee, das ist nicht lustig. Oh, da war einer. Das hast du richtig gemacht. Da ist doch jemand. Kannst du wieder zurück. Lass mich doch. Ich meine ruhig. Da war einer. Du kannst jetzt weg gehen. Ja! Ich hasse dich. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass die kommt. Ich dachte, die kommt nicht. Nein, nein, nein. Ja, du hast die Tür zu gemacht, man musste nur anleuchten. Ja, ich finde das lustig. Meine Damen und Herren. Die anderen hat Five Nights at Freddy's 4 gespielt. Und? Puls ist auch auf 180, ne? Das Spiel ist kacke, ne? Fühl doch. Und gerade saß ich hier. Oh, nee. Oh, du bist so scheiße. Aber mein Puls war nicht schnell. So, meine Damen und Herren. Das war Five Nights at Freddy's 4. Zumindest Nacht 1.